Analyst, Fotograf, herzlich willkommen bei immer wieder sonntags, unser Andreas. Moin Stefan. Moin. Moin, da hört man schon, du kommst aus der Lüneburger Heide, bist verheiratet, Papa von zwei Kindern und lebst seit vielen Jahren ein ganz, ganz, möchte ich mal sagen, wahnsinniges und spannendes Leben, von dem du uns heute erzählen wirst. Ich möchte aber jetzt nochmal ein bisschen zurückreisen, nämlich in eine Zeit, in der du 23 Jahre jung warst und du warst damals ein begeisterter Motorradfahrer, aber dann passierte etwas, das hat total dein Leben verändert. Ja, also das hier ist das letzte Bild, wo ich noch laufen kann. Das bist du. Das bin ich, ja, damals sah man so aus, Haare überall und zwar viel, das war immer wichtig. Ja, und ja, der Unfall war eigentlich unspektakulär, das ist nichts Dramatisches gewesen, eine scharfe Kurve, ein bisschen zu schnell, aber das Ergebnis war natürlich schon dramatisch, also Rückenmarksverletzung, Querschnittslähmung und das habe ich schon zwei Tage nach dem Unfall dann klipp und klar gesagt bekommen im Krankenhaus. Und vor deinem Unfall bist du ja auch gereist. Ja, Indien, Bangladesch. Du warst unterwegs und ab diesem Zeitpunkt, wenn so etwas Tragisches passiert, so ein Schicksal einem widerfährt, dann denkt man erstmal nicht ans Reisen. Aber was für Gefühl war das für dich, als du erfahren hast, ich muss in den Rollstuhl, das Schicksal hat jetzt so entschieden und vielleicht auch das zweite, meine großen Reisen, da darf ich erstmal so einen hellgrünen Haken dahinter setzen. Also das ist natürlich wie ein zweiter Geburtstag, das Leben ändert sich grundlegend komplett. Dieser 17. April 1981, das ist tatsächlich, das feiere ich jedes Jahr, jetzt haben wir gerade 40. überstanden, da habe ich mit meiner Frau ein Piccolo aufgemacht, immer noch am Leben, das ist nicht schlecht. Aber natürlich, das Reisen, das war immer noch im Kopf, im Krankenhaus, wie geht das? Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt musst du es probieren. Ja, und dann habe ich meinen Rucksack gepackt, meinen alten Rucksack von damals, habe den an die Griffe rangehängt und habe gesagt, so, ich gehe jetzt nach Indien. Also das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Also man erzählt das ja bestimmt auch unter Freunden, man erzählt das in seiner Familie, vielleicht auch den Ärzten. Dann gab es ja schon auch richtige Zweifler, die gezweifelt haben, dass du das natürlich unternimmst. Ich habe selber gezweifelt. Ich konnte keinen Rollstuhlfahrer fragen, der mir sagen konnte, die machen das. Also das war unmöglich. Ich musste das alles selber ausprobieren, wie man sieht hier in Myanmar, damals 1986, so, als das Land gerade sich geöffnet hat. Jetzt ist mal wieder zu. Also ich habe da wirklich Federn lassen müssen, aber ich habe halt gemerkt, das funktioniert. Es geht natürlich nicht ohne die Hilfe der Menschen vor Ort und deswegen reise ich halt immer durch Länder mit Überbevölkerung. China, Indien, da gibt es immer jemanden, der mit zu packt. Aber wie muss man sich also in einem Rollstuhl so eine abenteuerliche Reise vorstellen? Also du fährst jetzt nicht von der Lüneburger Heide, steigst in Offenburg aus dem Zug aus, du hast Gepäck dabei und du sagst, nein, ich will eigentlich die Welt bereisen und des Öfteren, also sehr, sehr oft auch Indien. Wie bist du da unterwegs? Also ich bin mit dem Rollstuhl unterwegs, ich rolle, ich rolle, ich habe ja mein Gepäck, das ist mein Schoß. Da passt Fotoausrüstung drauf, ja, auf meinem Koffer und dann habe ich hinten an den Griffen eine Tasche von 8 Kilo, mehr geht nicht. Ich sage mal so das Wichtigste, du musst ja zumindest schon mal ein paar Unterhosen mitnehmen. Also ich will jetzt nicht sagen, wie viele ich dabei hatte, das wird feindlich hier. Aber Wäsche waschen, alle zwei, drei Tage ist wichtig, im Waschbecken, irgendwo im Eimer, wo es geht. Und ansonsten Gepäck abspecken, immer abspecken. Und ich habe natürlich, das Wichtigste war meine Fotoausrüstung. Heute habe ich eine Drohne noch dabei, also ich habe einen riesen Koffer hier auf dem Schoß. Mein Gepäck ist sonst immer noch so klein wie früher, aber die Fotoausrüstung wird immer größer. Wenn dich der Stefan jetzt ganz spontan fragt, was war deine beeindruckendste Reise oder das beeindruckendste Erlebnis, was könntest du uns antworten? Also ich habe drei große Flussreisen gemacht. Einmal den Yangtze-Kyang quer durch China, den Mekong durch Indochina und durch Indien. Und das war das absolut Abenteuerlichste. Also ich bin in Kalkutta gestartet, wo der Gang ist, der angeblich mündet. Und bin dann also 2700 Kilometer Handarbeit. 2700 Kilometer. Ja, ja, das ist aber, der Yangtze hat 6000 Kilometer, nur um das mal zu erklären. Also 2700 Kilometer bis zur Quelle und am Ende musste ich dann getragen werden von Sherpas, die gesagt haben, hey, wir machen das. Wir haben gehört, du bist da unten gestartet und du willst zur Quelle, wir bringen dich da hoch. Die waren also total aktiv. Das war ein erhebendes Gefühl, da oben an der Quelle zu stehen. Und ich habe auch begriffen, was Reinhold Messer da so treibt. Und dass da andere Luft herrscht. Ja, ja, ganz genau. Aber du hast einen Rollstuhl dabei. Ich habe einen Rollstuhl dabei. Aber wie man sieht, es ist noch viel, viel mehr möglich, als man glaubt. Also der Horizont ist noch längst nicht auserkoren. Also der ist noch viel weiter weg. Da reden wir gleich drüber. Du hast uns einen kleinen Film mitgebracht. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen. Ja, also ich habe hier ein paar Videos. Zum Beispiel, das ist der Himalaya von der, das ist jetzt am Mekong, der Himalaya von der oberen Seite. Ich bin ja einmal von Indien hoch. Ja, hier, das war eben Ho Chi Minh-Stadt. Ich bin einmal von unten hoch zum Himalaya und einmal eben auch von der Rückseite. Das ist hier die Wüste Gobi. Und dann kommt man dann eben von der Rückseite an den Himalaya ran. Und das sind diese Felsformationen in China, in der Wüste dort. Ja, und das ist eben die andere Seite des Himalayas. Wenn man da hin will, dann muss man ganz andere Methoden ergreifen. Oder hier Myanmar, die größte Buddha-Statue der Welt, steht da mit 180 Metern. Das ist schon beeindruckend dann. Und alles natürlich mit der Drohne aufgenommen. Dankeschön. Es gibt ja auch bestimmt mal eine begrenzliche Situation, wo du sagst, Mensch, ich komme jetzt genau an meine Grenzen. Andreas, das hat es immer wieder gegeben. Wo nimmst du aber dann die Kraft her? Ja, also die Kraft ist natürlich, die kommt von innen. Das bist du. Die Neugierde, ja, es ist die Neugierde, solche Reisen zu machen. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung. Ständig kriegt man als Rollstuhlfahrer gesagt, hey, das geht nicht, das geht nicht. Hier ist ein Barrieren da. Und wenn ich dann aufbreche auf so eine Reise, dann will ich auch nicht nur mir beweisen, dass das möglich ist. Das gebe ich ganz offen zu, sondern eben anderen auch zu zeigen. Ich halte ja auch Vorträge in Kliniken. Ich habe Bücher geschrieben, jede Menge. Um eben das weiterzubringen. Da komme ich gleich dazu. Was treibt dich aber dazu an? Also wenn du das gerade so erzählst, lieber Andreas, wir kennen uns erst wenige Stunden, zwei Tage lang, wenn du das erzählst, wie seine Augen glänzen. Sie müssten das mal wirklich so erleben, so nah wie ich. Es ist einfach wirklich beeindruckend. Und du dokumentierst deine Erlebnisse ja auf großen Bühnen, in Vorträgen. Und quasi, du gibst auch anderen Tipps oder Hilfe. Du stärkst sie frisch vor unfallten Menschen, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Wie du vor 41 Jahren selber den Mut wieder aufgenommen hast. Also ich finde das einfach so großartig. Und da gibt es mal einen riesen Applaus für den Andreas. Danke. Ich möchte noch ganz kurz fragen, deine nächste Reise, wo geht die hin? Also ich bin jetzt gerade mitten in einem neuen Projekt. Eine Reise ist nicht immer nur eine Reise, sondern allein nach Indien bin ich fünfmal gereist für einen Vortrag, für ein Buch. Das heißt, ich bin jetzt gerade im Mai mit dem Rollstuhl in der Lüneburger Heide gestartet, in Handarbeit nach Istanbul gerollt. Und jetzt wird daraus wahrscheinlich ein neues Vortrag, so ein Buchprojekt. Aber dafür muss ich die ganze Reise mindestens noch zweimal machen, um genug Fotomaterial zusammenzubekommen. So, und wenn du das alles zusammen hast, in einem Jahr, weil dann fangen wir wieder an, hier im Juni 2023. Bitteschön, dann erzähl von deinen Erlebnissen und wir freuen uns auf einen weiteren Besuch vom Andreas hier bei Immerwieder Sonntags. Dankeschön, Andreas.